Hi, ich bin der Marco vom Sieber und heute zeige ich euch mal ein richtig schönes, familientaugliches Fahrzeug zu einem vernünftigen Preis. Hier haben wir einen Astra K Sport Tourer 1.4er Turbo Dynamic mit 150 PS und Schaltgetriebe. Das Fahrzeug ist erst dreieinhalb Jahre alt und hat erst sage und schreibe 15.000 Kilometer auf den Tach. Ausstattungsmäßig kann man sagen, er hat Matrix LED Scheinwerfer, Parksensoren hinten, Alufelgen, Klimaautomatik, Sitzheizung, Lenkradheizung. Und wenn ihr den Kofferraum mal sehen wollt, kommt schnell mit nach hinten. Na, was sagt ihr? Absolut familientauglich, oder? Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, dreht eine Runde, würde mich freuen. Ciao.